Einen wunderschönen guten Tag. Ich freue mich sehr, dass Sie bei dem Webinar der Schuld auf der Spur und damit den Führungssünden im Praxisalltag dabei sind und denen begegnen möchten. Ich freue mich auf Sie. Bevor wir zum Webinar kommen, möchte ich Ihnen aber ganz gerne unser Expertennetzwerk vom IBBF, vom Bundesarbeitskreis des BGM, vorstellen. Wir haben als Leiterin die Babette Halbehenschke und viele Kolleginnen und Kollegen, die in ihren Fachexpertisen sozusagen den ganzen Bundesarbeitskreis unterstützen. Mein Schwerpunkt ist rund um das Thema Personal, Personalentwicklung und demzufolge heute auch das gewählte Thema. Was bieten wir Ihnen als Angebote vom BGM-Team des IBBF? Wir haben jeden Dienstag, jeden ersten Dienstag genau genommen im Monat, immer unterschiedliche Webinare zu verschiedenen Themenstellungen, woraus Sie sozusagen auch erkennen können, dass die Fachexpertisen hier zusammenarbeiten. Darüber hinaus haben wir IBBF vor Ort. Hier geht es um Fort- und Weiterbildungen mit fachlichem How, wo Sie in Ihrem persönlichen Bereich, im lokalen Bereich partizipieren können. Wir haben eine Hotline für Sie eingerichtet, gesundes Unternehmen. Hier können Sie jederzeit uns kontaktieren, kostenfrei, selbstverständlich und können sich Hilfe dort reinholen. Und auch ganz frisch ab diesem Jahr möchten wir unseren Kundinnen und Kunden Podcasts anbieten, wo Sie über Persönlichkeiten und Fachkundeexpertise sich entsprechend Ihr Know-how erweitern können. Nun darf ich Sie einladen zum Webinar Der Schuld auf der Spur. Oder sind wir unfähig? Oder suchen wir nach Schuldigen? Wie wir Ihnen dieses Thema jetzt klären? Wie bereits erwähnt ist mein Name Cornelia Jeschek. Ich selbst bin im Bereich der Personalführung und Personalentwicklung, ja ich traue mich das manchmal gar nicht so richtig zu sagen, schon seit über 30 Jahren tätig und habe in den ganzen Jahren in den verschiedenen Bereichen und Branchen gearbeitet. Ich selber komme ursprünglich aus dem Medizinischen, also aus dem Laborbereich, habe viele Jahre in der Pharmaindustrie gearbeitet und seit ungefähr 14 Jahren bin ich jetzt selbstständig und begleite dort unheimlich viele Unternehmen unterschiedlicher Couleur von Größe, Branche und Hierarchiestufen. Und eins hat mich die ganzen Jahre über begleitet und gleichzeitig fasziniert, naja manchmal auch vielleicht ein bisschen entsetzt, ist das ganze Thema Führung. Und daher ist es auch meine Leidenschaft, mich mit diesem Thema auseinanderzusetzen und habe in dem Webinar Ihnen die häufigsten Führungssünden mal zusammengestellt, die mir immer wieder in Trainings, in Weiterbildungen, in Beratung oder in begleitenden Prozessen bei Kunden auffallen. Ich freue mich auf Sie. Eine der ersten Führungssünden, die ich Ihnen gerne näher bringen möchte, ich sage immer ganz gerne dazu, der Hip-Trip, ist der, dass wir oftmals glauben, wir müssen auf jeden Hip-Trip, der vorbeizieht, der neu ist, den uns irgendjemand so flirrt, dass man das haben muss oder dass man das heute so macht, aufspringt. Ich habe Ihnen einfach mal ein paar Beispiele mitgebracht. Sicherlich haben Sie diese Begriffe auch alle schon mal gehört. New Work, Work-Life-Balance, Transformation, Employer Branding oder Agile Führung 4.0. Und alleine, wenn wir bei dem Thema Agile Führung 4.0 bleiben, kann ich aus der Erfahrung heraus nur sagen, wir sprechen von Agiler Führung 4.0 und im Bereich der Personalentwicklung sind wir im Praktischen, im besten Fall bei Personalentwicklung 2.0. Also, was will ich damit sagen? Man muss auch mal darüber nachdenken, ob man auf jeden Zug, der vorbeispringt und fährt, aufspringen muss. Was jetzt nicht heißen soll, dass man sich neuen gegenüber verschließt, ganz im Gegenteil. Bloß oftmals sind Unternehmen oder Personalentwickler oder Bereiche noch gar nicht darauf eingestellt, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Wir schmeißen also oftmals mit Begrifflichkeiten um uns, ohne zu wissen, was verbirgt sich eigentlich wirklich dahinter. Und nur eine Überschrift zu wählen, wie zum Beispiel Agile Führung 4.0 oder New Work, kann ich nur als ersten Tipp sagen, Finger weg. Erstmal sozusagen erkundigen, passt das zu uns in unserem Unternehmen, passt das zu unseren Strukturen und wenn ja, was verbirgt sich das hinter? Wie wollen wir das zum Leben bringen und erst dann diesen neuen Begriff unter die Menschheit werfen? Also das bereits schon mal der erste Tipp. Führungssunde 2. Das wertvollste Gut im Unternehmen sind ja die Mitarbeiter natürlich und kommen auch die Führungskräfte. Ein Satz, der seit vielen Jahren eigentlich immer wieder gebetsmühlenhaft wiederholt wird. Aber spätestens der Fachkräftemangel bedeutet und zeigt uns auf, wie wertvoll unsere Mitarbeitenden wirklich sind. Doch wie gehen wir mit unserem wertvollsten Gut um? Diese Fragestellung müssen wir uns, glaube ich, immer mehr und immer wieder und immer häufiger stellen. Und hierzu möchte ich Ihnen auch meine Erfahrungen aus der Praxis gerne mit reingeben. Ich erlebe ungefähr in den letzten, naja, sagen wir mal zwei bis fünf Jahren immer wieder, dass das Thema Personalentwicklung eine sehr große und gute Dynamik gerade im mittelständischen Unternehmen aufnimmt. Also es nimmt richtig Fahrt auf. Positiv gesprochen erstmal, man erkennt, hier müssen wir ran, hier müssen wir was tun. Was fällt mir aber leider noch auf? Wenn ich mir die Stühle angucke und die Menschen, die dort drauf sitzen, sind es überwiegend Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter, die ganz frisch vielleicht gerade einer Universität entsprungen sind und sollen sich der verantwortlichen Position der Personalentwicklung im Unternehmen annehmen und widmen. Jetzt könnte man sagen, ist doch super. Ja, die sind dann eingestellt auf die jungen Leute und allen drum und dran. Vom Grundsätzlichen her ja, aber oftmals ist nicht vom Unternehmen her erkannt worden, was Personalentwicklung in den nächsten Jahren oder der Kategorie des Fachkräftemangels für Unternehmen wirklich bedeutet. Das heißt, diese jungen Leute haben ganz, ganz viel Erfahrung bestimmt aus dem Studium mitgenommen, wie man gewisse Dinge machen sollte. Jetzt sitzt ihnen aber nicht die Theorie gegenüber, sondern vielleicht eine gestandene Führungskraft, die vielleicht ihren 20-, 30-jährigen Job schon macht und sagt, was lasse ich mir denn von so einem jungen Ding sagen. Ja, damit beginnt das schon mal, dass oftmals hier bereits der erste Bruch ist, also auch Führungsfehler, die man macht. Was passiert leider in der Praxis noch, was ich tagtäglich erlebe? Man hat jetzt jemanden auf diesem neuen Stuhl sitzen, drei Monate lang und das Thema Personalentwicklung wird drei Monate von jemandem gemacht. Und wer ist derjenige, der vielleicht zum Beispiel seine Bachelorarbeit macht? Und nach drei Monaten ist der Stuhl wieder frei und man setzt wieder jemanden anderen hin. Eine Personalentwicklung lässt sich aber strategisch in einem Unternehmen nicht über drei Monate aufbauen, sondern strategisch langfristig. Das heißt, wenn diese Position selber von den Unternehmenslenkern nicht erkannt wird, dass man da sich perspektivisch und langfristig drum kümmern muss, ist das Thema wertvollste Gut in Unternehmen eigentlich eher der Zürnung gestellt. Heißt, wenn wir dieses Thema in Angriff nehmen, sollte man unbedingt darauf achten, sich diesem Thema mit Ernsthaftigkeit zu widmen, um das wertvollste Gut im Unternehmen nicht nur in Zukunft zu behalten, sondern noch wertvoller zu machen. Wo liegen weitere Führungsfehler? Nicht selten bereits in der Auswahl der Führungskraft als solches. Wir haben vor vielen Jahren eine sehr groß angelegte Studie durchgeführt mit über 830 Führungskräften, haben die Komet genannt und wollten verstehen, wie Führungskräfte denken, ticken, handeln, was sie bewegt, was sie motiviert oder möglicherweise auch nicht. Es waren erschreckende Ergebnisse, die dabei herauskamen. Alleine, dass 98 Prozent sich ihrer Führungsrolle gar nicht annehmen in der Praxis, weil sie meistens gar nicht wissen, was sie tun sollen, das war eine ganz erschreckende Zahl. Wir haben die Führungskräfte aber auch gefragt, nach welchen Kriterien seid ihr denn jetzt Führungskraft geworden? Es gab so zwei Lager. Ein Lager, ungefähr 50 Prozent von diesen 830, sagt, naja, ich war irgendwie nicht schnell genug auf dem Baum. Mein Chef hat gesagt, du machst deinen Job ganz gut, das bisschen Führung kriegst du hin. Die anderen, 50 Prozent, die sich bewusst für diese Position entschieden hatten, hatten drei Hauptmotivatoren. Hauptmotivator 1 war, mehr Geld, also monetär angehaucht. Der zweite Motivationspunkt war, dann bekomme ich schneller Informationen, also Wissensvorsprung und Wissensmanagement als Motivator. Und ein Hoffnungsschimmer, der wirklich richtig süß war, ich kann jetzt endlich machen, was ich will. Ja, und jetzt kommt auch hier wieder ein Führungsfehler, Kardinal, wenn an Führungskräften nicht kommuniziert wird, was man von ihnen erwartet oder was ihre Aufgaben sind. Nicht selten stellen Führungskräfte dann in der Praxis fest, eigentlich kann ich gar nicht machen, was ich will, sondern ich habe immer nach wie vor noch jemanden, der mir sagt, was ich tun und lassen soll. Die Informationen, die ich mir erhofft hatte, schneller zu bekommen, naja, manchmal sitze ich im gleichen Raum und höre das Gleiche wie meine Mitarbeiter. Also das funktioniert auch manchmal nicht so wirklich. Ja, und das Thema Geld, wenn man da weiter drüber nachdenkt, ist nicht selten dann bei Führungskräften die Erkenntnis, für das, was ich jetzt alles machen muss und ertragen darf, bekomme ich eigentlich nicht genügend Geld. Bitteln wir uns nun der Praxis im Führungsalltag und damit den täglich beginnenden Führungssünden. Fangen wir an, ob wir aufs falsche Pferd gesetzt haben. Sie kennen das sicherlich alle. Sie haben einen Mitarbeiter, Komma, man ist es vielleicht auch selber. Ich war ein toller Mitarbeiter, bin zu einer Führungskraft gemacht worden oder habe jemanden zu einer Führungskraft gemacht und irgendwann beschleicht mich das Gefühl, habe ich den Falschen ausgewählt? Ja, was sind das für Momente, wann man sich diese Fragen stellt? Immer dann, wenn ich den Eindruck habe, dass die Führungskraft alles macht, nur irgendwie nicht führen. Das heißt, Aufgaben macht er selber, wer nicht an Mitarbeiter delegiert, ich höre immer von ihm, ich habe keine Zeit, ich weiß gar nicht, wann wir das alles schaffen sollen, Weiterbildung, in die ich die Mitarbeiter oder die Führungskraft stecke. Ja, mit dem Geld hätte man nicht selten was Sinnhafteres anfangen können, weil es irgendwie gar nicht gefühlt was bringt, obwohl man ihn zum Thema Führung schon mehrfach geschult hat. Projekte stoppen Und wenn der Chef fragt, woran liegt das? Ja, dann kriegt man nur ein Achselzucken oder den Finger auf andere gestreckt mit dem Hinweis, an dem oder an den liegt es. Und spätestens, wenn ich den Eindruck habe, irgendwie ist die Führungskraft nur am Reagieren, aber nicht am Agieren, sind es so Momente, wo ich mich als Führungskraft frage, habe ich am Ende aufs falsche Pferd gesetzt? Habe ich seine Fähigkeiten komplett überschätzt? Ja, diese Frage nach der Schuldfrage habe ich die richtige Führungskraft gewählt? Vor dieser Herausforderung stehen aktuell eigentlich viele Unternehmen. Genau genommen gibt es auch hierfür eine Studie, die ein ganz spannendes Ergebnis hat und mich ehrlich gestanden vor ungefähr drei, vier Jahren mal richtig zum Schmunzeln gebracht hat. Man hat Führungskräfte gefragt, würdest du mit dem Wissen, was du heute über die Führungskraft hast, diejenige wieder zu einer Führungskraft machen? Die Antwort, mich hat sie zumindest damals sehr erstaunt, 54% haben gesagt, nein, mit diesem Wissen über die Führungskraft, wie der seinen Job macht, würde ich ihn nicht mehr zu einer Führungskraft machen. Die Idiotie an der Geschichte, die Führungskräfte der Führungskräfte wurden dazu ja auch befragt und das Bild war spannenderweise analog. Ja, manche Dinge muss man sich glaube ich wirklich erst mal auf der Zunge zergehen lassen. Aber was möchte ich Ihnen als Beispiel dazu mal geben? Was heißt denn das, warum Führungskräfte oftmals als falsches Pferd oder als falsche Führungskraft gesehen oder interpretiert werden? Oftmals lässt man die Führungskräfte einfach allein in ihrem Job hinwürsteln. Wir haben ja auch schon gehört, was manchmal die Motivatoren sind oder wenn die Führungskraft dazu einfach benannt wurde, frei nach dem Motto, kümmere dich da mal drum, mach das mal, das bisschen Mitarbeiterführung kriegst du hin. Sie werden oftmals gar nicht richtig vorgereitet. Und ich möchte Ihnen mal ein Beispiel machen, wo man vielleicht mal privat auch mal drüber nachdenken würde, würde ich das eigentlich privat machen? Und warum mache ich sowas eigentlich beruflich? Das heißt, wer von Ihnen jetzt ein gutes Auto fährt, ein wertvolles Auto fährt, ein Auto, wo er sagt, geile Kiste, bin ich stolz drauf, würden Sie jemanden Ihren Wagen in die Hand drücken, der von Ihnen wissentlich keinen Führerschein hat, gar nicht weiß, was die Verkehrsschilder bedeuten und Sie drücken ihm Ihren Porsche mit 150 PS und am Hintern in die Hand und sagen, hier, fahr mal. Und weil du alleine auch ein bisschen einsam bist, setzen wir noch fünf Mann mit ins Auto rein, damit es gemeinsam schöner wird? Nein, wahrscheinlich würde man das nicht machen. Und aus verschiedensten Gründen heraus. Zum einen, weil man Gefahr laufen würde, nicht nur, dass der Wagen Schrott ist, sondern dass möglicherweise auch die fünf Menschen an Bord im schlimmsten Fall tödlich geendet sind. Ja, aber genau das macht man mit Führungskräften. Man setzt sie nicht selten ohne Führerschein in ihre Führungsrolle rein. Man begleitet sie nicht. Man gibt ihnen den Mitarbeiter aber an die Hand und sagt, das bisschen kriegst du hin. Also das heißt, ehe Sie sich die Frage in Zukunft stellen, habe ich auf das falsche Pferd gesetzt? Sollte man sich vielleicht eher die Frage stellen, habe ich die richtigen Auswahlkriterien für meine Führungskräfte gewählt und begleite ich sie denn dort auch richtig? Daher möchte ich Ihnen ein paar Tipps to go geben bei der Auswahl des richtigen Pferdes. Das heißt, erkennen Sie selber erst mal, dass Führungsarbeit eine Funktion ist und keine Positionsbesetzung. Haben Sie im Auswahlverfahren auch immer einen Plan B? Was heißt das? Was mache ich mit Führungskräften eigentlich, die Ihren Job nicht machen oder für sich erkennen, das ist doch nichts für mich? Definieren Sie Kompetenzen, woran Sie Führungskräfte messen wollen in Zukunft. Definieren Sie Ihre Erwartungen an Ihre Führungskräfte und begleiten Sie die eng während Ihrer Führung. Mein Chef, der Schiedsrichter. Ja, auch diese Situation kennen Sie wahrscheinlich nur zu gut. Stellen Sie sich vor, Sie haben zwei Mitarbeiter, die gemeinsam eine Aufgabe lösen sollen. Jetzt gibt es während der Lösung bei dieser Aufgabe, meistens um die Aufgabe herum, selbst Streit, wie irgendwas gemacht werden soll oder der eine hat gemacht und der andere hat nicht gemacht. Es gibt auf jeden Fall Meinungsverschiedenheiten. Was passiert? Nicht selten kommen genau diese beiden Mitarbeiter oder einer von beiden zu Ihnen und sagt, Chef, du bist doch die Führungskraft, richte das mal. Was heißt das? Was macht man? Man setzt sich oftmals mit den beiden zusammen, hört sich beide Sachen an, Klingt auch vielleicht logisch. Beide Seiten klingen logisch. Und irgendwann zieht einer der beiden Mitarbeiter im Gespräch die Reißleine und sagt, Chef, jetzt hast du dir seine Meinung angehört, du hast dir meine Meinung angehört und jetzt sag doch du mal deine Meinung und entscheide mal, wer von uns beiden jetzt Recht hat. So, und auf einmal werden Sie vom Chef zum Richter. Sie sollen richten, was jetzt richtig oder falsch ist. Und dazu möchte ich Ihnen ein sinnhaftes Bild mal geben. Stellen Sie sich mal eine Kaffeetasse vor, die im Normalfall ja einen Griff hat. Sind Sie Rechtshändler, werden Sie den Tassengriff in der rechten Hand haben. Sind Sie Linkshändler, werden Sie ihn links in der Tasse haben. Und jetzt sollen Sie als Schiedsrichter agieren, wenn man auf die Tasse drauf guckt, ist der Tassengriff jetzt rechts oder links. Und jetzt gucken Sie vielleicht von einer anderen Perspektive noch mal drauf und stellen fest, ich sehe weder noch rechts noch links den Tassengriff. Also was heißt das? Ich brauche sehr viel Zeit. Nämlich solche Gespräche dauern mindestens 30 Minuten, weil Sie müssen sich ja von allen Seiten erstmal die guten Argumente anhören und sollen dann auch noch richten. Was heißt es weiter? Die Aufgabe, um die es geht, bleibt in dem Fall mindestens 30 mal 30 Minuten liegen. Und Sie sollen jetzt auch noch richten. Da können Sie nur verlieren. Weil Sie werden es nicht sagen können, ob es jetzt richtig rum gewesen wäre, rechts oder links rum die Aufgabe zu erledigen, sondern Sie haben noch eine dritte Perspektive, die den Zustand meistens nicht leichter macht. Auch hierzu der Tipp to go. Seien Sie, wenn es um Mitarbeiter geht, unparteiisch. Ich weiß, es ist wirklich nicht leicht, weil wie immer im Leben gibt es nicht nur Leute, die man mehr mag oder weniger mag, sondern auch Situationen, die man mehr mag oder weniger mag. Aber bemühen Sie sich darum, unparteiisch zu sein. Formulieren Sie ganz klare Aufgaben, weil darüber können Sie schneller zuordnen, wer was gemacht hat. Und hauen Sie, salopp gesagt, die Bremse rein. Was heißt das? Woran kann ich das erkennen im Gespräch? Wenn ich mich immer gefühlt wieder im Kreis drehe und an der gleichen Stelle bin. Das heißt, ich empfehle so, ich persönlich habe eine Zahl, drei bis fünf heißt die, wenn ich zum dritten, spätestens zum fünften Mal gefühlt an der gleichen Ecke bin. Hauen Sie die Bremse rein, drehen Sie sich nicht im Kreis, sondern stellen Sie sich die Frage, um was geht es jetzt hier eigentlich wirklich? Die Reise ins Nirgendwo. Wir kommen von irgendwo und wollen nach nirgendwo. Gefühlte Fahrtstrecke, nicht direkt kalkulierbar. Ich möchte Ihnen ein Beispiel aus der Praxis geben. Vor ein paar Jahren haben wir, in dem Fall waren das eine Bank, eine große Bank, eine neue Kundenstrategie etabliert. Oder sollten es etablieren. Das ist vielleicht die richtige Formulierung eingangs. Das heißt, dieses Unternehmen, diese Bank, die hatte eine Fusion hinter sich gehabt, lag zwei Jahre zurück und der Vorstand beauftragte uns zum Thema Veränderungen, eine neue Kundenstrategie nun mit den Bereichsleitern, das ist die Ebene direkt unter der Vorstandsebene, ins Leben zu rufen. Es ging eigentlich darum, dass sozusagen die Kundenstrategie erarbeitet werden sollte, überlegt werden, wie man das an die Mitarbeiter und letztendlich an den Kunden transportieren könnte. Ich hatte im Vorfeld sehr viel mit der Personalerin zu tun und das Thema Fusion war natürlich auch vollends immer zugegen und präsent. Und da fragte ich die Personalerin, sagen Sie mal, das Thema Fusion, das kommt mir, obwohl es ja schon doch recht lange her ist, sehr oft vor, spielt denn das eigentlich noch eine Rolle? Nein, hatte sie gesagt. Sie denkt nicht, aber ich soll ja vorsichtshalber nochmal den Vorstand fragen. Ich also hin. Wir saßen damals fast anderthalb Stunden mit dem Vorstand zusammen, besprachen das Projekt und ich ließ das Thema Fusion einfließen. Er guckte mich mit kullerrunden Augen an und sagte mir, nein, nein, Frau Jeschek, die Fusion, das ist ja schon zwei Jahre her, das spielt in der neuen Kundenstrategie Ausrollungsprinzip überhaupt keine Rolle. Die Strukturen stehen, die Fusion ist abgeschlossen, jeder ist in seiner neuen Position angekommen, alles easy. Na gut. Der Workshop war auf drei Tage ausgelegt und wir haben anderthalb Tage davon über die Fusion gesprochen. Was heißt das also? Wir haben die Leute angesprochen und haben gesagt, sag dir mal, ihr wart doch eigentlich in dieser Projektgruppe alle miteinander, es waren 15 Mann, kommen auch Frauen dabei und habt diese gemeinsame neue Kundenstrategie jetzt entwickelt. Dann guckten die mich mit kullerrunden Augen an und sagten, nein, nein, die ist ja noch lange nicht so weit, dass wir sie ausrollen können. Die Fusion, das ist das, was eigentlich uns immer noch interessiert. Das heißt, man hat nicht selten eine andere Wahrnehmung als ein anderer. Was bedeutet, sowas war auch für eine Strategie. Das heißt, es wurde nicht mit Elan dran gearbeitet, was wollen wir eigentlich machen, obwohl alles konzepttechnisch fertig war. Es war wirklich alles fertig. Aber die Leute haben sich das nicht angenommen und wir sprechen jetzt wohlgemerkt über die Ebene direkt unter dem Vorstand. Man kann sich natürlich lebhaft vorstellen, dass das, wenn sowas weiter nach unten transportiert, nicht wirklich besser wird. Also das heißt, es hat dazu geführt, dass die Projektarbeit sich verzogen hat, dass man alles, was man bis dahin eigentlich an Energie reingesteckt hat, gefühlt in die Tonne treten konnte, weil alles andere wichtiger war als die neue Kundenstrategie. Warum passiert sowas in der Praxis? Und auch hier möchte ich ein Beispiel geben, warum passiert sowas eigentlich nicht privat? Wenn Sie sich mal vorstellen, ich weiß, wir haben aktuell natürlich sehr schwierige Zeiten und dass wir irgendwo hinreisen können, ist aktuell auch schwieriger. Deswegen erinnern wir uns vielleicht an den Sommer 2019. Was heißt das? Wir sind im Familienrat vorher zusammengekommen, haben überlegt, wo wir hin in Urlaub fahren können. Es wurde ein bisschen philosophiert, fahren wir an die Ostsee oder fahren wir vielleicht an den Gardasee. Irgendwann kam man zu dem gemeinsamen Konsens, wir fahren an den Gardasee. Ja, was macht man denn da als erstes? Man bucht ein Hotel, man überlegt, was man alles machen kann und je näher die Reise rückt, umso mehr freut man sich drauf, packt Koffer und so weiter und so fort. Jetzt sind Sie aber vielleicht in dem glücklichen Zustand oder unglücklichen Zustand, je nachdem, dass Sie Kinder haben im schulpflichtigen Alter. Und damit ist es gesetzt, wann reisen Sie? Dann, wenn alle fahren. Was weiß ich denn in dem Augenblick jetzt schon? Ich werde garantiert nicht alleine auf der Autobahn unterwegs sein. Das heißt, ich weiß ganz genau, irgendwann kommt der Moment, wo ich im Stau bin. So, und dann fahre ich los mit meiner Familie und es dauert auch nicht lang und ich bin bereits das erste Mal im Stau. Ich könnte ins Lenkrad beißen und denke, Mann, das wusste ich doch vorher schon. Aber was mache ich? Ich halte durch, ganz tapfer. Warum tue ich das eigentlich? Und vor allen Dingen, wenn ich auf der Gegenfahrbahn sehe, dass der Verkehr rollt. Und vielleicht sagt mir mein Partner, jetzt in dem Augenblick noch, siehste, deswegen wollte ich an die Ostsee, weil in den Süden fahren halt alle. Ja, was macht man? Warum kehrt man nicht einfach um, durchbricht die Leitplanke und fährt da, wo der Verkehr läuft? Ganz einfach, weil am Gardasee habe ich mein Hotel gebucht und bin dort willig auch anzukommen. Und genau das muss man letztendlich nur lernen, in die Reise ins Nirgendwo zu übertragen. Ich weiß oftmals bei Veränderungsprozessen noch nicht genau, wo ich hin will. Und ich weiß auch noch nicht, was mir unterwegs alles begegnet. Aber wenn ich ein Ziel klar definiert habe, kann ich sozusagen fahren. Das Hotel werde ich nicht stornieren. Und die neue Kundenstrategie für die Bank war alles, was man dort für investiert hatte im Vorfeld. Klar, die buchen kein Hotel. Aber das Geld, was sie investiert haben in die Kundenstrategie, ist eine Hotelbuchung gleichzusetzen. Und deswegen macht es keinen Sinn, das Ziel immer wieder neu zu definieren, sondern eher zu lernen, wie kann ich mit den Unebenheiten umgehen, die mir auf dem Weg zum Ziel begegnen werden. Auch hier möchte ich Ihnen ein paar Tipps to go mit auf den Weg geben. Es klingt jetzt gemein, wenn ich sage, erst denken, dann handeln. Aber es ist sehr, sehr oft der Fall. Oftmals fährt man schon los und über dem Losfahren stellt man fest, dass das, wohin man gefahren ist, eigentlich gar nicht gut ist. Also bitte erst denken. Dann definieren Sie ein aktuelles Problem, weil Sie müssen ja irgendeinen Grund haben, warum Sie hinfahren und irgendwas verändern möchten. Was ist das Problem, was Sie bewegt, weswegen Sie dort auch ankommen möchten oder müssen? Definieren Sie also ein Ziel, und überlegen Sie sich auch das Ergebnis, was Sie mit dem Ziel erreichen möchten. Überlegen Sie sich Sinn- und Nutzenstiftende Informationen für Ihre Mitarbeitenden, schmieden Sie einen Plan und begeben Sie sich auf den Weg. Das misslungene Rendezvous. Ich möchte Sie mitnehmen auf ein Rendezvous, was Sie, wenn Sie solche Gespräche führen, wenigstens einmal mit Ihrem Mitarbeiter im Jahr haben, nämlich das Mitarbeiterjahresgespräch. Und hier stellt sich für mich immer wieder die spannende Frage, kenne ich meine Mitarbeiter eigentlich wirklich? Wir begleiten solche Prozesse sehr, sehr oft. Und das ist für mich eines der spannendsten, herausforderndsten und gleichzeitig amüsantesten Ereignisse, die ich miterleben darf. Nicht selten im November des Vorjahres werden Führungskräfte etwas unruhig. Und wenn ich dann frage, Mensch, was ist denn bei euch los? Naja, jetzt haben wir demnächst wieder die Jahresgespräche anstehen. Dann sage ich, okay, schön, dass ihr sowas macht. Warum bist du denn unglücklich oder so unruhig oder missgelaunt? Die Antwort erstaunt mich dann doch immer sehr. Naja, der Personaler, für den mache ich das ja eigentlich nur, der braucht ja auch was, um seinen Arbeitsplatz zu erreichen. Da haben wir solche Formulare. Und der sammelt das immer wieder ein. Ja, und jedes Mal überlege ich mir, was kann ich denn da reinschreiben in die Bögen? Da haben wir zwar Fragen, aber ich weiß eigentlich gar nicht, was ich da reinschreiben soll. Was heißt denn das eigentlich in der Praxis? Ich bin dann immer gemein und stelle den Führungskräften meine provokative Frage, ob er oder der Mitarbeiter 365 Tage Urlaub hatte oder im Sabbaticaljahr war. Weil ehrlich gestanden, ein Mitarbeiterjahresgespräch sollte nur noch eine Zusammenfassung dessen sein, was ich mit dem Mitarbeiter unterjährig immer wieder besprochen habe. Positiv oder negativ, das sei jetzt erstmal dahinter. Häufig wird es aber als eine reine Zeitverschwendung betrachtet. Es bringt sowieso nichts. Und eben vordergründig, man weiß gar nicht, was man da so richtig reinschreiben soll. Noch spannender wird es dann, wenn es zu dem Gespräch kommt. Ich bin bei solchen Prozessen immer oftmals auch mal dabei, um die Leute zu coachen. Und es ist immer schön zu beobachten, dass man so ein bisschen Urlaubsfeeling hat. Ich komme mir da nicht selten wie auf einem türkischen Bazar vor. Der Mitarbeiter sagt so seine Meinung, die Führungskraft sagt ihre Meinung. Und dann geht es wie so ein kleines Schlagabtausch, hin und her und her und hin. Und irgendwann verständigt man sich, na dann machen wir halt einen Mittelwert daraus. Da stelle ich mir wirklich in dem Fall die sinnhafte Frage von solchen Instrumenten. Für meinen Geschmack das wichtigste Instrument, was Führungskräfte überhaupt an der Hand haben. Und gleichzeitig das Instrument, was am meisten verheizt wird. Hier habe ich Gelegenheit, mit meinem Mitarbeiter mich auszutauschen, ihm ein Feedback zu geben. Er weiß, woran er arbeiten kann, wo er sich verbessern kann, was er schon gut macht. Eines der höchsten Motivationstools, die man überhaupt als Führungskraft hat. Und ganz witzig wird es immer, wenn solche Bewertungssysteme oder solche Mitarbeiterjahresgespräche Bewertungen haben. Nehmen wir mal an, es gibt eine Skala von 1 bis 5. Auch das höre ich gar nicht so selten, dass mir Führungskräfte sagen, ja, ich weiß ja zwar nicht, was ich reinschreiben soll und dann muss ich den ja auch noch benoten. Aber mein Chef sagt mir immer, die Nummer 1 und 5 gibt es gar nicht. Dann sage ich immer, wie, gibt es nur 2 bis 4? Ja, weil mein Chef sagt mir immer, 1, also sprich, es gibt einen sehr, sehr guten Mitarbeiter nicht und 5, einen ganz schlechten, gibt es auch nicht. Also muss ich mich irgendwo zwischen 2 und 4 bewegen. Ja, hallo, sind das sinnhafte Maßnahmen? Entweder habe ich eine Skala von 1 bis 5 und demzufolge muss ich lernen oder die Führungskräfte fit machen, sich in dieser Skala zu bedienen oder ich wähle nur eine Skala von 2 bis 4 oder wenn ich das nicht in der Lage bin zu bewerten, lasse ich die einfach weg. Also auf jeden Fall ist Schuld der Personaler, weil nur wegen dem muss ich das überhaupt machen. Auch hier möchte ich Ihnen ein privates Beispiel geben. Ich gehe oft unvorbereitet in diese Gespräche rein, der Mitarbeiter nicht selten noch unvorbereiteter als ich selber. Niemals würde ich das bei einem Rendezvous machen. Das heißt, wenn ich zu einem Rendezvous gehe, bereite ich mich super vor. Das fängt an bei der Kleidung, was ich anziehe, bis da zu welchem Lieblingsitaliener wir vielleicht gehen möchten und endet nicht selten, dass ich mir überlege, wie bekomme ich den, wenn das Rendezvous gut verlaufen ist, zu mir nach Hause, um die Briefmarkensammlung zu zeigen. Aber bei einem Mitarbeitergespräch und in einem so wichtigen Bereich wie dem Mitarbeiterjahresgespräch geht man unvorbereitet rein, weiß nicht, was man mit dem Mitarbeiter richtig besprechen möchte und was es bringt, weiß ich noch viel weniger. Also, das misslungene Rendezvous. Das heißt, auch ein Mitarbeiter, so wie ich mich auf ein Rendezvous vorbereite, hat das Recht, dass ich mich auf dieses Gespräch wie auf ein Rendezvous vorbereite und darauf freue. Auch hier noch wieder ein paar Tipps to go. Mitarbeiterjahresgespräche gehört zu meinen Führungsaufgaben und gleichzeitig ist es eines der wichtigsten Tools, die ich zur Verfügung habe. Gleichzeitig muss ich mich aber auch lernen vorzubereiten, Zwischengespräche zu führen, damit ich dem Mitarbeiter auch die Chance gebe, im Besonderen, wenn was nicht gut läuft, sich die restliche Zeit über noch zu verbessern oder Mitarbeiter, bei denen es geht, ein Feedback zu geben, du bist schon voll auf Kurs, mach weiter, zieh durch, du schaffst das. Sinnhaft, diese Gespräche natürlich zur Dokumentation mitzunehmen und lernen Sie, dieses so wertvolle Tool als Rendezvous für sich anzunehmen, zu akzeptieren und anzugehen. Zum Abschluss möchte ich Ihnen nochmal zusammenfassend näher bringen, was alle Schuldparameter im Bereich von Führung sein können. Also wir begeben uns direkt auf die Suche nach der Schuld. Es ist die Zeit, die meistens zu wenig ist, selten zu viel. Es sind die Kollegen, die nicht wollen, die nicht können, die doof sind. Es sind die Kunden, die stören, die nicht tun, was wir wollen oder immer Dinge fordern, die wir nicht geben können oder wollen. Es sind die Umstände, die einfach, egal was man macht, nicht passen und auch nicht selten mein Chef. Also was heißt es, der Finger zeigt, kann auf viele, viele Dinge gehen. Doch aus meiner persönlichen Erfahrung ist, wenn ich immer nur den Finger auf andere Personen oder Umstände schiebe, werde ich mich selber niemals weiterentwickeln, weil die eigentliche Suche und das eigentliche Glück auf der Suche nach der Schuld und dem Abstellen von Führungsfehlern bin ich nicht selten selber. Demzufolge möchte ich mit einem kleinen chinesischen Sprichwort enden. Wenn der Bauer besoffen ist, ist der Wein daran schuld. Ich hoffe, dass Ihnen das Webinar ein wenig geholfen hat. Sie vielleicht die ein oder andere amüsante Situationen aus der Praxis wiedererkannt haben und Ihnen mit den Tipps to go vielleicht ein paar kleine Tipps mit auf die Faust geben konnte. Sollten Sie darüber hinaus noch Fragen haben, stehe ich Ihnen gerne unter meinen Kontaktdaten zur Verfügung. Ich freue mich, von Ihnen zu hören, wünsche Ihnen einen wunderschönen Tag und vielen Dank, dass Sie dabei waren. Wenn es Ihnen gefallen hat, bitte melden Sie sich, bewerten uns auf Google, Facebook. Ich freue mich, vielen herzlichen Dank. Ihre Koniläje Schick Ich freue mich, vielen Dank. Ich freue mich, vielen Dank. Ich freue mich,